Ähm, Pio wollte heiraten. Verstehe ich jetzt nicht. Besonders kamen mit Spanien und Madrid. Madrid? Wovon redest du? Hat die Felix nichts davon erzählt? Der Felix wird nach der Saison nach Madrid wechseln. Quatsch! Die Saison ist doch schon in einem Monat vorbei. Ja. Philipp? Ja, was? Ich weiß nicht, warum du so einen Mist erzählst. Ich verstehe nicht, warum du dir so etwas ausdenkst. Wenn du nicht glaubst, dann frag die doch einfach. Frag die. Was ist denn hier los? Will jetzt sagen, du wechselst nach Madrid? Das glaube ich jetzt nicht. Ich wollte es dir erzählen, okay, aber ich hab nur noch auf den richtigen Moment gedacht. Ja, und dann hast du dir gedacht, du erzählst es mir lieber gar nicht, oder was? Doch, ich wollte ja. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Wie soll man das machen? Ich dachte, du kommst einfach mit. Mhm. Felix, ich spreche kein Spanisch. Wie soll ich da arbeiten? Du brauchst nicht zu arbeiten, okay? Ich verdiene genug Geld. Du spinnst. Du spinnst. Denkst du شيbряchst. Du kommst Substanz nicht zu machen. Er Потом bin ich dran. Und ichırttet mich dir. Ohne zuоров. Du bist Tobias Bogen. Vielen Dank.